Verbrechen gegen die große Stimme 12.697 in der Zwergenstadt Geschrieben von Isar Fleißhand stand in der Zwergenmasse und starrte auf den unfertigen Palast. Durch die Größe der Halle und die Ausmaße, die der Palast bereits besaß, fühlte er sich noch kleiner, noch unbedeutender. Nach wie vor befanden sich etliche Zwerge auf der Hauptstraße, die sich um den Palast empor schlängelte. Schon jetzt fühlte er sich von der Menge erdrückt. Alle Zwerge hatten auf Befehl des Großkönigs die Arbeit niedergelegt. Dieser Umstand ließ sein Flausgefühl im Magen nur noch wachsen. Nachdem der Strom auf der Hauptstraße endlich versiegt war, kamen die ersten Zwerge aus dem Palast. Den Anfang machten zwei besonders stämmige Männer, gefolgt von Großkönig Lechler, der hoch erhobenen Hauptes heraustrat und dabei sein bestes Lächeln aufsetzte. Hinter ihm kam sein treuestes Gefolge. Den Abschluss bildeten zwei Gefangene in Ketten mit je einem Wächter an ihrer Seite. Als Fleißhand Langarm erkannte, jagte ein Schauder über seinen Rücken. Schwarzer, die neben ihm stand, zog scharf die Luft ein. Sein ehemaliger Mentor und Rivale sah abgemagert und ausgelaugt aus. Langarms Haut war von der Sonne rot und verbrannt. Tiefe Augenringe und Falten ließen ihn um Jahre älter aussehen. Trotzdem strahlte er immer noch Gelassenheit und Autorität aus. Dies konnte man von der ängstlich dreinblickenden Gestalt neben ihm eher nicht behaupten. Die langen weißen Haare hingen in verfilzten Strähnen runter und sein Bart stand zu allen Seiten ab. Nichts ließ mehr auf das einst so gepflegte Erscheinungsbild von Stimme der Stimme schließen. Was würde geschehen? Warum mußten alle Zwerge erscheinen? Sein Bauchgefühl ließ ihn das Schlimmste befürchten. Doch noch konnte er hoffen, dass der Auftritt etwas Positives zu bedeuten hatte. Dann trat Lechler vor. Wir befinden uns gerade in einer Zeit des Umbruchs. Wir haben uns aus der Unterjochung durch die selbstgefälligen Clans des Glaubens und der Lehre befreit, den Spieß umgedreht und ihnen gezeigt, wer wirklich für das Überleben der Zwerge wichtig ist. Ich werde euch in glorreiche Zeiten voller Freiheit führen. Ein Raunen ging durch die Menge, doch Lechler fuhr unbeirrt fort. Die ersten Schritte hierfür sind getan, doch heute wird ein neuer Meilenstein gesetzt. Hinter mir seht ihr zwei Verräter, die gegen das Wohl der Allgemeinheit gearbeitet haben. Sie sind so niederträchtig, dass selbst die Arbeit im Himmelsgefängnis keine Strafe von ausreichender Härte für sie ist. Es folgte eine kleine Pause, in der Fleißhand den Atem anhielt und sich all die Grausamkeiten ausmalte, die Lechler ersonnen haben könnte. Gegen Langarm, ehemaliges Klanoberhaupt der Gelehrten liegen folgende Anklagepunkte vor. Das Öffnen von Zwergenleichen, ein Verbrechen gegen die Stimme, wiederholte Versuche, getroffene Beschlüsse außer Kraft zu setzen und die jetzt bestehende Ordnung zu zerstören, Hetzreden, Lügen und Beleidigungen gegen den Großkönig und die Regierung und zuletzt ein Mordanschlag auf unseren ehrwürdigen Großkönig Lechler. Fleißhand wurde schlecht. Die Innenbrunst, mit der Hammerhieb die Waren und die erfundenen Vorwürfe gegen Langarm vortrug, fraßen sich durch das Publikum, welches merklich unruhiger wurde. Am liebsten hätte er lauthals geschrien und dagegen protestiert, doch sollte er sich zügeln, um sich nicht in eine ähnliche Lage zu bringen. Um ihn herum hörte er zustimmendes, aber auch ablehnendes Gemurmel. Er vermochte nicht zu sagen, was überwog. Dann fuhr Hammerhieb fort. Gegen Stimme der Stimme, einstiges Klanoberhaupt des Glaubens, liegen folgende Anklagepunkte vor. Verdrehung der großen Worte, ein Vergehen gegen die große Stimme, Manipulation und Intrigen innerhalb des Glaubensklans, Lügen und Beleidigungen gegen den Großkönig und die Regierung und die Beihilfe eines versuchten Mordanschlags auf den Großkönig. Kaum war das letzte Wort gesprochen, ertönte von Stimme der Stimme schrill, Lüge, alles Lügen, ihr Verräter, ihr Miesen. Ein Wächter schlug ihm in den Rücken, der Gefangene stöhnte auf und sackte nach vorne. Bevor er sich erholen konnte, ergriff nun wieder der Großkönig das Wort. Für ihre schändlichen Verbrechen gegen mich, alle Zwerge und die große Stimme, verurteile ich Langarm aus dem Klan der Leere und stimme der Stimme aus dem Klan des Glaubens zum Tode. Ganz langsam drang der Sinn dieser Worte in Fleißhands Bewusstsein. Schlagartig fühlte er sich, als würde ihn die Last des Gebirges erdrücken. Er war sprachlos, entsetzt und gelähmt. Auch wenn Fleißhands selbst nicht sehr gläubig war, löste es tiefe Empörung bei ihm aus. Doch konnte er sich nicht aus seiner Starre befreien. Dumpf nahm er das schmerzvolle Schluchzen von Schwarzhaar wahr. Langarm wirkte immer noch gelassen, so als hätte er sich mit seinem Schicksal längst abgefunden, während sein Leidensgenosse wieder anfing zu zetern, zu kreischen und panisch um sich zu schlagen. Auf ein Handzeichen von Lechler wurde Stimme der Stimme gepackt und zu einem glatten Stein geführt. »Verräter, du hast mich betrogen! Lechler hat alles geplant! Er ist für ihren Tod verantwortlich! Er wollte!« Die schrillen Rufe von Stimme der Stimme gingen in ein Ächzen über, als er brutal auf den Stein vor ihm gestoßen wurde. Nach einem kurzen Schreck setzte er zur erneuten Gegenwehr an. Es folgte ein weiteres, harsches Handzeichen von Lechler. Einer der besonders stämmigen Wächter trat vor und zog ungerührt seine Axt. Der Gefangene versuchte, sich mit der Kraft der Verzweiflung zu wehren, aber es half nicht. Die Axt sauste nieder. Blut spritzte, ein letzter, ersterbender Laut war zu hören. Mit einem weiteren Schlag durchtrennte sie den Hals vollständig und der Kopf rollte über den Boden. Geschockte Stille legte sich über einen Teil der Zwerge, während ein anderer mit stampfenden Füßen Beifall bekundete. Fleißan fing an zu würgen und versuchte zwanghaft, sich nicht zu übergeben. Nun wurde auch Langarm nach vorne geführt. Zwar wirkte er immer noch gelassen, war aber deutlich blasser als vorher. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger nahm er sein Schicksal schweigend hin. Bevor er sich hinkniete, suchte sein Blick noch einmal Schwarzer und wanderte dann zu Fleißand. Dieser überlegte währenddessen fieberhaft, was er tun konnte, um das Unaufhaltbare aufzuhalten, doch sein Verstand wollte keinen klaren Gedanken fassen, und der eindringliche Blick seines ehemaligen Mentors jagte ihm einen weiteren Schauder über den Rücken. Große Tränen liefen Schwarzer über das Gesicht, welche sie energisch wegwischte. Dann schob sie sich entschlossen durch die Menge. Erst wollte Moorkopf sie aufhalten, doch ihr flehender Blick stimmte ihn um. Murrend folgte er ihr. Auch Fleißand setzte sich, ohne darüber nachzudenken, in Bewegung. Einige Zwerge folgten ihnen, drängten sich an den Zögernden vorbei, und immer mehr Rufe wurden laut. Die ersten waren am Palast angelangt und drängten gegen die Wachen. Diese konnten dem Ansturm kaum standhalten. Sie zogen ihre Waffen, um etwas gegen die unbewaffnete Menge ausrichten zu können. Weitere Wachen strömten herbei und schlugen wild auf die aufgebrachten Zwerge ein. Einige zogen ihre Waffen, um die Meute schneller aufzuhalten. Die Anhänger des Königs, die sich in der Zwergenmenge befanden, schlugen zusätzlich auf die Rebellierenden ein. Ein Chaos entbrannte. Aufgebrachte, verzweifelte Rufe und das Schreien der Kinder mischte sich mit harschen Befehlen. Fleißand wurde zuerst mit der Menge mitgerissen, doch jetzt wurde er fast von ihr zerdrückt. Die vorderen Zwerge waren stehen geblieben, von hinten rückten weitere nach. Auf einmal ertönte ein lauter Pfiff. Dieser ließ zumindest einen Teil innehalten und verstummen. Lechler stand nun erhöht und hielt etwas in seiner Hand. Jedem, der nicht wieder augenblicklich zu seiner Arbeit oder Wohnung zurückkehrt, widerfährt das gleiche Schicksal. Die letzte Gegenwehr verschwand, als sie erkannten, dass dies der Kopf von Langarm war. Diesmal drehte sich fleißand wirklich der Magen um und er übergab sich, doch die Menge war zu abgelenkt. Bevor sich die Menge von dem Schack erholen und erneut auflehnen konnte, schlugen die Wachen auf die vordersten ein und drängten sie so zurück. Dies wird von nun an die Bestrafung für alle Verräter werden. Wer mich hintergeht, wird hingerichtet, und es wird ihm verwehrt, ein Teil des Fels zu werden. Überlegt euch eure Taten gut. Heute werde ich noch einmal milde walten lassen. In Zukunft solltet ihr damit nicht mehr rechnen. Immer mehr Zwerge verloren den Mut und suchten sich ihre Wege aus der Halle. Einige Schwerverletzte wurden von ihren Kameraden gestützt. Langsam fand auch fleißand die Orientierung wieder. Ein Stück weiter sah er Schwarzhaar, die von Moorkopf festgehalten wurde. Sie schien wie durch ein Wunder unverletzt, aber Moorkopf blutete stark an der Schläfe. Trotzdem versuchte er beruhigend, auf sie einzureden, doch sie blieb unbeeindruckt. Schwarzhaar schien trotz der Drohung immer noch aufbegehren zu wollen. Fleißand ging auf die beiden zu und zog sie wortlos zum Ausgang. Nach einem kurzen Moment des Widerstands gab sie schließlich nach. In einem Tunnel angekommen, fluchte Schwarzhaar unter Tränen lautstark. Dieser verdammte Bastard! Langarm wird nie ein Teil von uns werden, nie Fels sein! Diese verdammten Feiglinge! Wir hätten Lächler stürzen können, wenn nicht so viele untätig rumgestanden hätten! Langarm hat so viel für uns getan! Leißand legte einen Finger auf die Lippen und gab ein Zischen von sich, um sie zur Ruhe zu bringen. Schwarzhaar drehte sich ruckartig zu ihm und wurde noch lauter. Die beschwichtigende Geste Moorkopf schlug sie mit einer Hand beiseite. »Ich lasse mir nicht den Mund verbieten! Nicht von dem König und schon gar nicht von dir! Wie kannst du so ruhig bleiben? Er war dein Mentor! Oder freust du dich, jetzt konkurrenzlos zu sein? Du wirst doch ohnehin niemals Großkönig werden! Nicht so lange Lächler noch lebt!« Fleißand packte sie grob an den Schultern. Mittlerweile hatte er sich von seiner Starre befreit. »Jetzt sei endlich still! So hilfst du niemandem!« Deutlich leiser fügte er hinzu. »Ich werde genügend Beweise für eine Rebellion sammeln, aber dafür werde ich Zeit brauchen, viel Zeit. Und ich werde dich brauchen, also versuch dich zu zügeln. Eines Tages werden wir ihn stürzen.« Untertitelung des ZDF für funk, 2017